Guten Morgen! Bei mir ist es leider nicht mehr Morgen, bei mir ist es schon viel zu heiß. So, äh, achja, hm. Ich wollte noch mehr Kupfer machen. Und sie heute hier teilen. Das ist, äh, wieso sag ich Kupfer? Das ist kein Kupfer. Was will ich? Äh, 3. Es fällt mir an, dass ich vorher Bienenhäuschen machen wollte. So, was sagt der Wahrsager? Die sind heute etwas genervt. Ja, manchmal scheue ich zum Wahrsager und geht ja gar nirgends in die Mine und macht auch gar nichts Interessantes, ich weiß. Trotzdem sehr interessant zu wissen. So, äh, hm. Wir haben leider nicht genügend Geld. Fass. Find ich auch nicht schlecht, Kupfer Eisenbahn, Eichen und Harz. Wir haben auch ein Sirup. Dafür braucht man gar nichts. Eichenherz. Eichenherz. Wir haben ja den Eichenherz. Eichenherz sind nur 10. Braucht man ja noch für irgendwas anderes? hmmm. Ah, dafür? Nö. Nein, braucht man für großartig nix interessantes mehr, von wie's ausschaut. Hm, gut. Eichenherz für die Dinger da. Super. Dann haben wir das mit... Haben wir da Gold auch? Dafür bekommt's aber das Kupfer. Ich glaub's für Kupfer, oder? Können wir auch nix merken. Kupfer und Holz. So, eins, zwei, drei. Lass mal mal so. Die Oma. Hallo Oma. Guten Morgen. Und das war ein wirklich netter Spaziergang. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Es sieht noch besser aus als in meiner Erinnerung. Ja, ich habe auch ein bisschen dran gearbeitet. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk von einem Gärtner zum nächsten. Yay. Dankeschön, Oma. Du hast einen Gartentopf erhalten. Yay. Diese Töpfe sind wirklich praktisch. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten im Haus Pflanzen heranziehen. Und auch draußen sehen sie nett aus. Dort kannst du aber nur, dass sie sonnensprechend Pflanzen pflanzen. Entsprechend Pflanzen pflanzen. Jetzt hab ich grad ne Idee bekommen, glaub ich. So, wenn du noch mehr brauchst, kannst du gleich selber welche machen. Hier. Ich habe einen alten Zeitungsartikel mit der Anweisung. Du hast gelernt, wie man einen Gartentopf herstellt. Yay. Ich gehe dann mal lieber. George wird mürisch, George wird mürisch, wenn er sein Haferbreit nicht rechtzeitig kriegt. Ja, ja, Männer. Habt noch einen schönen Tag. Wenn die Männer ihr Essen nicht bekommen, dann werden die alle mürisch. Na gut, kann ich auch verstehen. Entschuldigung. Ich werde auch ein bisschen mürisch, wenn ich mein Essen nicht bekomme. Ah, wenn ich mein Essen nicht bekomme. Okay, ja. Ich muss nur grad dran denken, dass ich heute Salat gemacht habe. Also mir selber Salat gemacht habe. Ja. Und dann fand ich es halt ein bisschen lustig so. Wenn man sein Essen nicht bekommt, ja. Ist schon kacke, wenn man es selber machen muss. Mhm. Oh, so. Hat die jetzt schon gestreichelt? Ja. Gut, dann werfen wir gleich die Eier ein. Oh, ein gutes Ei. So. Noch ein gutes Ei. Komm, das wird Iridium-Mayonnaise. So und da noch. Und das schwarze Ei. Das packen wir mal hier rein. So. Hier noch meine Tierchen streichen. So. Da fällt mir gerade auf, dass ich... Ja. Was fällt mir denn auf? Ach ja. Dass mein Garten schon wieder versaut ist mit allem möglichen Zeug, weil der Sommer begonnen hat. Schön. So war's. So. Hier fällt gerade auf. Oh, ich bin abgelenkt. Verabt. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. So ungefähr. So. Mein Schäfchen. So. Packen wir gleich mal hier. Wieder ein paar hin. So. Da noch mal. Da noch mal. Können wir schön vollpacken. Was hier rüber. Weil wir genügend Ressourcen haben. Da muss ich dir nicht mehr was anderes anpflanzen. Oh. Schatzi hat schon aufgeführt. Schatzi, wo bist du denn? Schatzi. Verdammt. Wo ist Schatzi? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. So. Mach mal noch ein bisschen Kupfer. Ich bin so doof. Ich weiß, dass es kein Kupfer ist. Eins. Zwei. Drei. Ah, Kupfer werde ich dann demnächst auch wieder brauchen. So, können wir die auch gleich rein. So. Ja, danke. Hier. Da. Und einmal unten noch. Ja, es hat funktioniert. Schön. Und bevor ich's vergesse, gehe ich kurz... Erstmal das Zeug hier wieder wegräumen. Äh. Weg damit, weg damit. Weg damit. Sortieren. Schade, dass die heute etwas genervt sind. Weil ansonsten hätte ich was anderes machen können. Ähm. Goldenen Käse weg. Und das sollte man auch mal aufheben, weil ich möchte eine Mühle auch haben. Weg damit. Und da ist auch ein goldener Käse. Hier können wir's anpflanzen. Keine Ahnung, ob ich hier was anpflanzen möchte. Ah, ich stell's aber auch mal hier hin. Juhu. Warte nur, wir könnten hier... Draußen sind die Saison unbedingt drinnen nicht. Das heißt, wir könnten ein Rarer Seed anpflanzen. Anpflanzen. Sind die die Dinger, die... Lalalalalalalalala. Genau. Sind die Dinger die Dinger gewesen? Mach das mal mit. Äh, die wir ständig ernten können? Ja, ich glaub das war Gemfruit. Was war das andere? Keine Ahnung. Tja, ähm. Wo ist jetzt Stein? Da. Ich brauch ein bisschen Stein. Ich stell mal ein bisschen Stein-Dinger her. Was sind die denn? Da. Stein-Dinger. H50. So, reicht auf jeden Fall. Hoff ich mal. Pack mal Steine da rein. So. Möchte ich nämlich kurz nachdenken. Ja, ich wollt hier mal markieren, wo ich dann meinen Sprinkler hinstelle. So, ich hab jetzt bei mir auf meinem Plan in meinem alten Hof nochmal nachgeguckt, ja. Sind eins, zwei, drei rüber. Also praktisch dann beim vierten. Und dann eins, zwei, drei. Hier eins. Hier eins, zwei, drei. Natürlich hier. Dann eins, zwei, drei. Äh, ne, zwei. So genau. Hier drei rüber. Eins, zwei, drei. Dann ist es hier. Dann das restliche hier. Genau. Dann kommen hier dann praktisch die Sprinkler hin. Außen kommen dann auch kleine Sprinkler hin. Das heißt hier zwei, da zwei für die Sprinkler, da zwei, da zwei. Hier rüber. Und dann an der Seite müssen halt dann die anderen Sprinkler dann was machen. So. Dann haben wir das schon mal. Dann kann man hier mal ein bisschen absinsen. Ein bisschen den Hof sauber machen. Ich überlege mir. Oh, jetzt sind wir schon fertig. Wenn nicht jetzt hier. Spontan. Hier kann ich ja auch was anplatzen, gell? Ja. Also hier. Ähm. Ich überlege grad noch. Äh. Ja, einfach mal hier so ein Ding hier hin. Gell sowieso eins hin. Mach doch mal. So. Genau. Äh. Eins, zwei. Ich bin so doof. Eins, zwei. Einfach so. Äh. Ich bin so doof. Verdammt. Ich bin so doof. Ich wünsch dir einfach einen Sprinkler. Also eins, zwei. Mach hier auch eins, zwei. Jetzt drüber runter. Hier guckt ein Sprinkler hin. Eins, zwei, eins, zwei. Kommt hier einer? Na warte. Da kommt einer hin. So. Interessante Folge. Ich weiß. So. So. Dann hier eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Da. Genau hier. Genau. Ich kaufe da noch zwei. Das würde dann genau hier aufgehen. Ähm. So. Dann haben wir eins, eins, zwei, eins, zwei. Sollte hier eins sein. Eins, eins, zwei, eins, zwei. Eins, eins, zwei, eins, zwei. So. Äh. Eins, zwei. Ja irgendwie so. Guck da noch eins hin. Auf die Seite. Also da wo das Gras ist. Dann kommen dann Iridium-Sprinkler hin. Und dann kann man nämlich hier so ein Feld machen. Dann können wir auch schon wieder nicht mehr wirklich durchlaufen. Weil das hier vom Platz hier echt doof ist. Und wenn ich hier Dreier hab. Dann geht's auch nicht wirklich. Eins, zwei. Dann ist hier eins. Dann ist, äh. Das ist zwei. Dann ist da eins. Wart mal. Hier würde eins sein. Ein, eins, zwei, eins, zwei. Äh. Vier. Ja dann da ist ein Sprinkler. Eins, eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und da wäre dann ein Sprinkler. Und da geht's nicht weiter. Ja ich überleg nämlich gleich mit dem Unimo-Haus. Haha. Deswegen bin ich ja so komisch am überlegen. Aber da unten können wir dann eins hin machen. Und da oben aber nicht. Das heißt hier unten wär's dann da. Eins, zwei. Kommt jetzt. Ja so möchte ich's direkt nicht haben. Dann würde ich mich sonst weiter rüber. Eins, zwei. Wär hier einer. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Wär hier einer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da einer. Na dann geht's auch wieder nicht mit dem Ganzen zurück. Also die Farm, die ich hier hab, die ist echt ein bisschen doof. Muss ich jetzt spontan sagen. Bisschen blöd. Äh, so. Dann kann ich mir keine schönen Wege machen, wenn ich so ein Unimo-Hat haben möchte. Gut, eins, zwei. Eins, zwei, vier, genau. Zwei, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Da eins, wo das Holz ist. Genau. Und dann kommt noch hier eins hin, wo das Gras ist. Kann ich natürlich nicht aufs Gras machen. So. Dann kommt hier dann in die Mitte wahrscheinlich dann das Unimo-Hat-Rollen. Ich glaub, es wird fast eins versetzt noch. Eins weiter runter versetzt. Weiß ich noch nicht. Mal kurz überlegen. Ich glaub, irgendwie so war das. Es sind hier zwei. Kommt noch eins runter. Hier unten können wir dann auch noch eins hinbauen, so wie's aufschaut. Dann müssen wir mal schauen. Oder da unten noch. Dann machen wir einfach da keinen Weg durch. Dann hier so das hier angrenzen. Und da dann so einen Weg. Es wird auch gehen. Dann haben wir den Weg praktisch hier. Naja, gut, fangen wir aber so, dann messen wir an. Dann müssen wir wenigstens mal schon mal grob, wie viele Sprinkler wir brauchen, auch wenn's nicht wirklich passt, wie es sein sollte. So. Das ist ja dann auch schon mal was. So gut, hier haben wir ein Unkraut. Heute ist es eine sehr, sehr interessante Folge. Dienstag, wir können noch was anplatzen. Das ist ja am Anfang, Mensch. Aber jetzt ist es zu spät, verdammt. Ich wollte bestimmt diese Folge zu Pierre gehen. Ja, ich hab das vergessen. Weil ich dann noch eine andere Idee hatte. Hier könnte ich ein schönes Feld machen mit Honig. Will ich mir schön vorstellen. Ist das ein Unkraut? Ja, das ist ein Unkraut. Äh, so. Das ist auch ein Unkraut. Nix wie weg mit dem Zeug. Äh, so. Muss ich mir halt noch ein bisschen was einfallen lassen, wenn ich das dann schön machen kann. Mein Hof. Auf jeden Fall, hier ist es schon mal ein bisschen doof gestaltet. Meine Katze hat ja nicht gestreichelt. So. Die hat sich aber auch nicht wirklich dafür interessiert. Hm. So. Wir haben da noch was. Hier will ich auf jeden Fall einen Weg haben. Oh, ein Lila Slime. Sieht hübsch aus. Äh. Ich hab ganz vergessen, dass hier die stärkeren Monster jetzt sind. Hm. So. Hier einmal ein Weg. Dann geht da hier nix doch. Da gerade schon so. Ups. Nein. Nein. So. Hier weg. Wir wollen mal spontan hier hochwärmen können. Nimm mich auf den Keks. Du doofe, doofe. Leer da muss. Da kommt ein Crit. Hm. So. Hier. Das wird bis hier hingehen. Dann da auch nochmal. Bleiben wird's wahrscheinlich nicht so. Hm. Das müsste ich auch eins weiter runter machen. Ah, dann geht's hier wenigst- dann geht's hier wieder nicht mehr. Verdammt. Hm. Ah, ich weiß bloß, dass ich's hier soweit oben nicht haben möchte. Weil spätestens hier geht's dann da rüber. Also da weiß ich's noch nicht genau. Da wird eh keinen Weg sein, denk ich mal, oder? Ich kann mich nicht konzentrieren. So. Na, ich denk, da wird kein Weg sein. Naja, lassen wir's mal so. Oh, da ist auch noch ein Ungekraut. Das hab ich nicht gesehen. Da ist auch eins. Ich bin wieder sehr, sehr spät. Guck mal hier rein. Peze ernten. So, dann können die auch schon wieder wachsen. Naja, ist ja gut. Ich geh ja gleich. Ah, die Bäumchen wollte ich auch noch irgendwo hinpflanzen. Und verkaufen. Dann haben wir den Tag auch schon wieder rüber. Äh, oben. Ja, fertig. So. Wieder das Inventar ausräumen ein bisschen. Mal wieder ein sehr schöner, langer Tag. Allerdings, also... Wir haben was geschafft. Ja, so ist es nicht. So, kommt das hier weg. So, jetzt weg das und das. Oder der Diamant ist auch schon wieder fertig. Hätte ich nicht gedacht. So, eins, zwei. Dann nehmen wir noch das Kupfer mit. Und den Anden hier reinpacken. So. Eins, zwei. Achso, ich hab die Kohle vergessen, verdammt. Was er jetzt hat. Und einmal die Kohle. Einmal das Kupfer, mein ich. Super. Jetzt ist es Zeit ins Bett zu gehen. Ich bin sehr spät. Was meinst du dazu, Schatz? Ich scherze gerade so irgendwas gesagt. Ich bin erschrocken. So. Ein bisschen Geld haben wir bekommen. Das heißt, wir können uns wieder Pflanzen kaufen. Du, gute Nacht. Dritter Tag im Sommer.